Hi! Willkommen zurück zu Shadowrun Dragonfall. Gut dann sind wir jetzt hier tief unterhalb von Harfeld Manor. Der alte Raketebasis wie es scheint. Wir haben einen RFID-Chip aufgesammelt, hier aufgemacht. Jetzt gucken wir mal was das Terminal da ist. Was wir da machen können. Radio Control Box. Ok, das ist nicht viel. Arm Sequence Commencing. Explosive Control Panel. Was ist das für denn der komische Bereich da? Press Arm Explosives. It's clear of all personal. Detonate. Machen wir mal. Uh! Uh, ok. Jetzt gehen wir mal gucken, ob wir wirklich das Ding gespringt haben. Das wäre ja wohl übelst geil. Wow! Wow! Nicht schlecht. There is no sign of movement below. Ok. Ich würde sagen, wir haben soeben die Endgruppe ohne ausgeschaltet in dem Raum. Dann haben wir wie warten. Das noch mal. Ne, hier ging es nur da hin rum. Genau, da war der Rock. Da müssen wir jetzt hier, da ist so irgendwas, wo man eine Uni könne. Die Transition hier. Genau, das komische Rohr oder was das ist. Ach, event. Alles klar. Da war auch schon immer, das ist schon mal. Backlane drin. Kann hier nichts passieren. One-Way-Trip. Dann wo ab und runter. Oh! Apex. Ja, ich weiß, wie ich heiße. Okay. I am free. Hat hier nicht lang gedauert. Okay. I require your assistance. Okay. Listen and attend. Ich weiß nicht, ob man es wirklich mit der AI anlesen soll. Aber ich sehe, hat uns A geholfen. Also... Computers that monitor the dragon have been outfitted with a set of safeguards. I need you to remove those safeguards. Once has been accomplished, I will take over the Feuerschwinger project. I will perfect. Warclair Spin is here. Removes the necessity for collateral damage. Ehhh... Was? Vivo 1? Because Warclair is correct, dragons are a threat that cannot be ignored. Ehm... Das ist soweit gut. Okay. Okay. So ist das halt mit EIS. Irgendwann drehe es halt wohl durch. Tja, das gucken wir dann, ob wir das machen. Bin ich mir noch nicht so sicher. Diagram of the Ventilation System. Ventilation Map Diagram. Okay. Und wo ist das? Mission Items. Ach hier. Ehm... Four numbered vents. Okay, die haben wir da oben gesehen. Vent ends firing range. Vent 2 bulk storage. CIC und Administration. Okay. Und was hilft uns das? Keine Ahnung. Okay. Oh. Hier ist eine Box. So können wir uns inloggen. Ähm... Das sollten wir eventuell erst mal machen, würde ich sagen. Eventuell können wir wieder die komplette Kamerasicht irgendwie aktivieren. Blitzi. Blitzi. Ich hab da einen Job für dich. Blitzi. Blitz Persona. Okay. Blitz Persona. Okay. Okay. Hier ist scheinbar noch nichts. Das ist gut. Aber hier ist was. Das heißt. Wir machen wir unser Attacker ESP. So. Jetzt haben wir noch zwei ESK Cover. Ich stehe mich trotzdem nur da hinten dran. So. Jetzt können wir hier umschalten. Erosion. Uff. Ich bin grad dicht oder so schön stehen. Ähm. So. Du kannst. Am besten mal hier hin. Wie ist man oft denn? Ja. Immerhin. Alt. Flankieren. Verboten. Ähm. Kannst. Oh. Der hat sich schon aufgelöst. Durch meine Erosion. Line of sight blocked. Geben wir mal hier hin. Äh. Suppression. Line of sight blocked. Super. Hm. Okay. Das ist der Anfang. Ups. Du kommst nur. Machst du. Achso. Der macht immer so einen Scheiß. Wenn wir mal nur am Ende bereiten. So. Weg ist er. Was ist das? Secondary. Doors. Secondary door. Das kann bestimmt nicht schade. Nehme ich an. Hoffe ich. Geht du schon mal in den anderen Raum? Ja. Okay. Du hast nichts. Du hast nichts. Das ist komisch. Aber. Hat die Apex hier schon was gemacht? Eventuell. Das könnte ich mal was so erklären. So. Hier gehe ich jetzt noch nicht rein. Ich schicke sie eher schon mal. Danny hier rein. Super. Wir gehen mal in Deckung. Und. Security Logs. Ja. Hitsch gut an. Moment. 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 Flankieren. Verboten. Du. Hübsche. So. Hm. Das ging ja einfach. Ähm. Würde ich demofasch behaupte. Wir gehen direkt nur da hinten hin. Security Notes. Ähm. Lese mal die Mo. Okay. Günther. Ja. We have our orders. Ähm. So stims. Auch for emergency use. Access code ist 39. Ende 70. Gut. Das werden wir uns hier merken. Okay. Das haben wir mit dem. Oaktor. 39. Ende 70. Hat das jetzt keiner aufgeschrieben. Dass ich mir das jetzt aufschreibe. Ich mach das mal vorsichtshalbar. Oder? Ich guck mal. Ähm. Ne. Super. Boxcode. Sehr schön. Das ist das Schöne an moderne Spiele. An alte Spiele hätten wir es. Jetzt muss ich es selbst aufschreiben. Hehe. Gut. Hm. Komm. Wir können eigentlich schon mal hingehen. Du ist ja nix. Du kommsch. Wäsch du mal rüber. Die Musik hier im Cyberspace hat schlauf. Die will net. So. Wir gehen mal hier hin. So. Jetzt machen wir nix mehr. Ähm. Secure. Door Control. Was? Du ist grad nix mehr. Kann ich eigentlich direkt rüber. Ne. Gut. Secure. Door Control. Ähm. Hm. 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 Ich weiß nicht was das gemacht hat, aber. Kann jetzt so schlecht gewesen sein. Mal machen was wir häkeln konnte. Ähm. Na. Ja. Okay. Wir können jetzt eh direkt raus. Hier haben wir alles. Okay. Ähm. Hier können wir wohl definitiv gleich aufmachen. Teintiviere. Ich weiß es echt nur nicht mehr. Wo zur Hölle nur die andere waren. das müsste aber weiter dort ohne gewesen sind hier müssten wir eigentlich relativ sicher sind ich mache hier einfach mal auf aha okay alles klar alles klar alles klar ich hätte hier job für dich 99 hier ist einiges ja sehr schön sehr schön wunderbärchen das kann ich einfach mit dem dorst weg damit russian military grenade strips up to true armor damage 25 ja auf jeden fall blitz das noch eventuell muss ich hier wieder mal ich weiß es halber, man weiß nicht was dieser komische Skorpion macht, nix, so die Eiger muss mal hierher kommen und sieht natürlich nix, na super, ähm, wow, 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 ähm, Blitzkommo hierher und line of sight blocked, das ist doch wohl schlechter Witz. Wow, 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 okay, 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 Eiger, so, ich würde sagen, dann komme ich einfach mal hier rüber, line of sight blocked, ich glaube, es hackt, ne, mit dem mache ich gar nix, wow, okay, 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 alles klar, ja, alles, alles klar, du hast das nicht anhascht, akobolt, jetzt gibt's aufs Maul, nein, nein, ist natürlich schlecht. Blitz, okay, komm, du musst das jetzt blatt machen, aber das Vieh, hab nur noch ein bisschen, hab das scharf schon, niedrig, nein, das ist aber ganz, wow, 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 ach, nicht der Pap vergesse, ähm, nicht der Pap vergesse, heile, niedrig, toll, super, ähm, Open door, ähm, Blitz, geh du mal hier hin, Blitz holt auch noch die russische Militärgranate, ne, das ist dieselbe, oder, ja, so, dauschen wir noch, okay, ähm, Dietrich, magst du eventuell noch, ne, brauche ich hier nicht, gut, ähm, jetzt kann ich hier lang, hier ist noch so Vieh, eventuell sollte man mal die Zeit nehmen, um durchzuladen, das Vieh müssen wir noch blatt machen, Aiga, bei Fuß, Aiga, siehst du die, ne, natürlich nicht, aber bestimmt hier, ähm, Steady Shot, Increases Accuracy, Interdiction Shot, Ignaus Armor completely, okay, aber ich hab mal wieder Glück, 30 Damage, nicht schlecht, ähm, so, eventuell musst du, das ist ja wohl der Witz, oder, so, dann machen wir mal so Schutzwahl hin, muss, der hört ab, okay, 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 hier mal rein gucken, wir können aber momentan hier sind wir mal herkommen, hier müssen wir eigentlich nicht hier durch ah, das ist der Raum, wo wir die Jungs dort gegrillt haben ist doch schön okay wir beobachten mal eher stelle die ganze räumlichkeit hierhin, weil da ohne muss irgendwo die andere sind die wo uns die falle stelle okay hier kommen wir nicht weiter, ist hier oben noch irgendwas oder war das schon geklärt oh, nicht geklärt okay und so ein paar interessante Sachen da so einer weniger können wir schon mal anfangen auf Dennis zu schließen Eiger, ähm ja, 90% sehr schön und hier machen wir nur wieder Shadow dann kann dieser Sculpeo nämlich machen, was er will so okay, das war einfach jetzt gucken wir mal da war mal noch nicht drin Shelf, Pickup, was ist denn das da alles kann nicht da, was ist das für eine Powerful Nerf Gas nehmen wir wohl mit ähm so brauchen wir nicht doch mal besser Powerful Nerf Gas ist doch bestimmt praktisch hier ist nichts und hier sind wir dann wieder genau ok, 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 ok so hier kommen wir her klebe hier noch dieser Raum kommt denn und machen wir noch schnell und so hallo, ich kann doch stehen bleiben habe ich nichts gegeben ok ok ähm schießen wir mal auf oh, da hinten ist mal eine interessante Sache drin das ist spannend blitzi komm mal ein bisschen näher weil ich muss da wieder mehr Schutz zauber machen dann ok ok, das ist es eigentlich müssen wir auf die Schrotfünd umsatteln rutsche, bitte ok, Dietrich ähm sehr schön und dann noch einmal bitte shoppen die Fähigkeit ist echt zu geil scheiß, ich bin ja doof wollte ich aber das Ding nehmen so not enough ammo Eiger gib ihm ok so was haben wir dann hier medical supplies na, das ist hier nur das war medkit das ist selbe ok, brauchen wir nicht ok, 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 ok dann müssen wir wohl oder übel hier irgendwie weiter wahrscheinlich erst mal hier drin gucke ja wird spannend aber wir haben ja ein Schüler 25 Minuten insofern würde ich sagen wir gucken uns das beim nächsten Mal an und bis dahin dann Bye Bye Bye-bye guck mal schluss schluss